Hallo Leute, HETZCOMBAUF Ding Panas Down Gaming Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde City Skylines Denn diesmal sind wir sehr viel tot Diesmal auf einer anderen Map Ich weiß gar nicht, was die Map ist, die ich jetzt gut durchgemacht habe Ich habe keine Ahnung Ah ne doch, das ist die Auf jeden Fall Ja, den wir hier erstmal brauchen So Also die haben eine sehr hohe Nachfrage nach Bodengebieten Warte, wir können hier auch mal sagen machen So Warum geht das schon nicht runter? Hm Schicke ich nicht Ich habe die hohe Nachfrage nach Wohngebieten ab Aber ich kann hier noch gar nichts mehr bauen Mann Ich habe diese Wohngebiete hier Die gehen mir auf den Sack Wisst ihr was ich mache? Ich mache einfach den Trick Ich gehe in den Einstell Ich gehe in Hier raus Da drauf Info und Ne, nicht Info und Übersicht Ich meinte Das hier Baller die Zinsen hoch Denn es gibt ja welche, die das dann bezahlen müssen Ich gehe aufschließen Mal an Und zack Jetzt habe ich hier 2.500 plus 2.500 plus Okay Jo So reicht So Zack 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 Hier Wohngebiete Zack Bäm So So Und weil ich So reich bin Kommt hier noch ein Wohngebiet hin So 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 Mit ein bisschen Ein bisschen Geld brauche ich noch Das hat hier gerade gepiept So Dann einmal da Und dann wieder auf 13 So Weil ab 14 meckern die rum So Mal aufhören rumzuhupen hier So So Perfekt Sollte es eigentlich gleich hoch gehen Weiß ich aber nicht Ah, jetzt geht es runter Ja, das ist doch gut So soll es sein So Und jetzt wird hier die Dinger gebaut, damit das runter weg geht So So Mhm 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 Rohre Rohre, 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 Rohre So Äh Wir wollen jetzt hier schon rum Jetzt mach ich wieder Minus. Ehm, ein Rohrbau. Ich... Rohr, Rohr, Rohr. So. Okay, perfekt. So. Ähm, warum sind ihr tot? Hm, krass. So, so, so. Was ist das hier? Keine Ahnung. Aber ich hier wieder... Sind ja Wohngebiete. Fühle mich insbesondere die Natur zu genießen. Das ist doch schön. So, wir können hier mal auf Richtlinien gehen. Recycling gibt es jetzt. Und kontrollier... Kont... Kontrollierter Drogenkonsum. Hm. Hm. Anstatt kann ich schon auf 4.800 nicht mit mir. Kein lauter Lärm in der Nacht. Aha. Fahrradbahn aufgesteigen. Okay. Ereignisse. Ähm, da hab ich ja schon... Harness on gemacht. Wir haben sogar bald die 4.800. Schauen Sie mal ein neues Grundstellstück zum Verkauf. Ja, schön, aber ich hab no money. I don't have money, money. I don't have money, money. Sportrunden... Ne, kann ich noch nicht machen, weil ich es noch nicht frei habe. Ab... Also... Ab 4.800... 4.800 krieg ich die, ne? Äh? Mach ich schon wieder Minus. Jetzt mach ich Plus. Jetzt mach ich wieder Minus. Warum mach ich denn jedes Mal Minus? Ich check das nicht. Und warum sterben hier Menschen? Besteuerung... Nein, das war bei der Stadt. Ja, 4.800. Okay. Wir lassen das jetzt einfach laufen, ja? Und gucken, was passiert. Und in der Zeit reißen wir hier auch die Hochgebäude ab. So, da. Warum haben die jetzt schon wieder so ein Traum? Ich glaub ich hab irgendwas weggemacht, was nicht so gut war. Ja, ich kann mal gucken. Äh, Infoansicht. Also Strom haben die noch im Gelben. Was? Oh, Wasser? Ja, Feuerwehr gibt's hier auch. Daumen gibt's keine Feuerwehr. Perfekt. Ähm... Generalität, also ist alles gut. Gesundheit ist auch eine Ansichtssache. Bildung gibt's nicht, weil es keine Grundschule gibt. Perfekt. Äh, also Grundschule baue ich gleich. Normalerweise kann ich erst bauen, wenn ich auch eine Kohle habe. Nehmat, was bei Bildung. Das ist einfach selber. Wo ist denn Bildung? Hier. Nehmat, da. Grundschule 10.000. Ja gut. Ja gut. Da brauch ich aber erstmal nie für. So. Warum wollen die eigentlich schon wieder blau? Check, check, check. Schon wieder nicht. Wird das hier eben blau. Wenn ihr dann zu... Hallo. Wenn ihr dann zufrieden seid. Guck mal, ob das hier... Hallo, wird's auch mal gebaut? Und... Ja. Also wäre geil. Ah, danke. So, jetzt geht das wieder runter gleich. So. Mal gucken. Vielleicht geht's jetzt hier runter, wenn's mal schnell gebaut wird. So. Die haben kein Wasser da. Junge, warum sterben denn hier so viele? Ich hab doch ne Klinik. Hier. It's good. Und warum haben die hier schon wieder Probleme mit dem komischen Menschen hier? Ich hatte gedacht, dass frisches Wasser zu den grundlegenden Dingen gehört. Aber nein, wie lange... Müssen wir noch warten. Hä, ihr habt doch Wasser. Wird auf, um zu riehen. Ich weiß gar nicht, was ist das hier? Abwasser. Okay, und das hier ist... Wasserpunkstation. Ähm, wie teuer ist denn eine Wasserpunkstation? Ja, nur 2500. Okay, dann kaufe ich mir die gleich. Dann haben die nämlich auch wieder mehr Wasser. Na, die haben doch gutes Wasser. Was haben die? Tiefaktiv. Ja. Ist doch alles im grünen Bereich. Was haben die denn für Probleme geschmissen? Wo? Oh, Müll wird kritisch hier. Aber ab doch ne Müll. Müll deponieren. Hm. Ich hab doch hier irgendwo ne Müllanlage. Warte mal. Müll. Müll. Müll für Arbeiten. Status. Äh, ja gut. Warum will ich nicht bearbeiten. Sag mal. Müll hier. Mülldeponie und Müll... Achso, das hab ich noch nicht. Das krieg ich erstmal. Aber ich hab ne Mülldeponie. Also, ja. Dann kann ich hier mal kurz gucken. Müllfahrzeuge in Verwendung. 10 Pfund. Ah, jetzt sind sie auch. Ne. Hab ich hier irgendwo ein Krankenhaus? Ich weiß nicht wo. Ah, hier. Ne, ist die Feuerwehr. Ah, hier neben. Ist das nicht hier neben gesetzt? Ne. Ist das hier neben gesetzt? Ist das hier neben gesetzt? Wo ist denn die Rettungswache hin? Hilfe! Als ob die keine Rettungswache haben. Warum war ich schon wieder Minus? Ähm. Nein. Nein. Euer habe ich noch. Euer Haus. Ach hier. Nicht blöd. Axtloses. Alters sein. Kindergarten. Friedhof. Und ich mache Minus. Das freut mich gar nicht. Endlich nicht mehr überall Hundescheiße. Wäre ich eine Freundin. No. Was? Rot. Tschüss. Geht auch rot. Und auch. Tschüss. 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 Ja. Sind es zwei wieder unzufrieden, diese Gate-gierigen etwas? Na, mir ist doch egal. Ich brauche die Kohle. Mann, warum stirbt denn hier jede Sekunde einer? Ich glaube, fiesel dich. Jetzt mal gleich. Ich brauche dringend eine Arztpraxis. Aber sehr dringend. Ne, die haben doch eine Arztpraxis. Was? Ne, warum? Wattest du da? Povarie? Povarie? Achso. Hm. Dann wird wieder hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Ich würde mal sagen, dass wir das Ganze hier mal so langsam, aber sicher. Da kann ich nicht auch nicht besiedeltes machen oder? Ne, habe ich noch nicht. Wann wird denn das freigeschaut? Keine Ahnung sehe ich nicht. Mann, da steht ja schon wieder welche. Jetzt habe ich hier wieder was weggerissen. Ah, hier ist das. Irgendwas weggerissen. Was war das? Sag mir nicht, das war die Polizei. Das wäre schlimm. Haben Sie Ihre Ge... Ähm, nein. 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 Gesundheit ist auch gut. Bildung, ja. Woll nicht. Feuerwehr. Bildung. Ja. Ich will das ja gerne mal machen. Problem ist, ich habe no money. Darlehen. Ich muss das alles hier abbezahlen. Was soll denn die Scheiße hier eigentlich? Erstmal 21.000 muss ich abbezahlen in 33 Wochen. Und dann 66.000 in 204 Wochen. Hm. Löschfahrzeuge in Verwendung 2. Hä? Ich check nicht, wo ich die Rettungswache hingemacht habe. Gibt es hier überhaupt eine? Okay Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wir werden jetzt hier nochmal... Da fährt was. Hallo. voll okay ich rassiere noch aus mit dem kack wasser so habt ihr eure blöden wasser so machen wir immer mehr wasser hin will ich sagen das jetzt mit dem rohr auf verbunden hallo sollen dich man jetzt haben sie hier wieder ganz viel wasser brauchen die nicht okay da wollen wir ganz viel einziehen bei mir schon wieder kein geld so so hier sieht ein so und weich jetzt im minus so was mit dem Strom ist, schon wieder hier, weil die auch nicht. Strom, 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 da. Ja, okay. Also ein Windrad brauchen die auch. Leider kein Geld dafür, weil die 6.000 kosten. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Vielleicht einfach hier. So, ab und dran, auf dem Park. Euer Rhein, Leute. Euer Sandu. Ciao, ciao.